Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von produkt-scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Eastpack an. Dieser hat über GoPro 7 Schritte zum Network Marketing Profi geschrieben, welches er mit 4,1 Sterne bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. GoPro 7 Schritte zum Network Marketing Profi Erfahrungen. Der Bestseller und absolute Pflichtlektüre für jeden, der im Network Marketing anfängt oder wo der Erfolg einfach noch nicht einsetzen will. Eric Waugh, der Autor von GoPro, beschreibt in seinem Buch wie man professionell im Network Marketing arbeitet. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Akquise von Interessenten und Kunden, sowie auf der Gesprächsführung und weiteren allgemeinen Tipps. Ich möchte heute kurz über meine GoPro Eric Waugh Erfahrungen schreiben, da mich dieses Buch in meiner Karriere sehr geprägt hat und ich denke, dass es vielen auch weiterhelfen kann. Wer ist Eric Waugh? Bevor Eric Waugh sich dem Network verschrieben hat, arbeitete er zusammen mit seinem Vater in der Immobilienbranche. In seinem ersten Network-Unternehmen konnte er kaum Partner für seine Struktur gewinnen. Anstatt aber direkt aufzugeben, setzte er sich ans Ziel und tat alles dafür. Er lernte die Branche kennen, analysierte sie und meisterte sie schließlich. Nun hat er mehr als 25 Jahre Erfahrung im Network-Bereich, konnte sich einer Organisation aus über 500.000 Menschen aufbauen und war selbst einmal Präsident eines Network-Marketing-Unterlebens. Zudem hat es in Peoples Network gegründet und 2009 noch die Seite Network-Marketing-Pro.com, eine Trainingsseite für Networker. 2014 dann erschien GoPro 7 Schritte zum Network-Marketing-Profi, welches sich nur in 10 Monaten schon über 300.000 Mal verkaufte. Mittlerweile hat es einen Bestseller-Status und wird international gelesen und gilt für viele Networker als die perfekte Lektüre für den Einstieg. GoPro 7 Schritte zum Network-Marketing-Profi, der Inhalt. In zwölf Kapiteln beschreibt der Outdoor, wie man zum Experten in Empfehlungsmarketing wird. Die Branche hat viele Vorteile, weswegen viele einsteigen können. Zum einen braucht man kein Startkapital oder nur ein geringes. Das ist abhängig von dem Unternehmen, mit dem man gemeinsam starten möchte. Man muss weiter keine Voraussetzungen erfüllen, wie bei anderen Jobs. Die Schulbildung, Abschlüsse, Zertifikate und all solche Dokumente spielen absolut keine Rolle. Jeder steigt mit den gleichen Chancen ein, unter den gleichen Bedingungen. Es wird bezahlt nach Leistung, weswegen es keine Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. All dies sind Fakten, die für die Branche sprechen. Zudem gehört das Network-Marketing zu der Industrie, die extrem schnell wächst und ein unglaublich hohes Volumen hat. Gerade in Amerika sieht man in dieser Branche eine enorme Entwicklung, die früher oder später auch in Deutschland einsetzen wird. Es ist die Industrie, die die meisten Millionäre hervorbringt, zumindest für die Amerikaner gesprochen. So viel erst einmal zu der Branche an sich. Kommen wir zurück zum Buch und den einzelnen Kapiteln, dafür hier einmal die Übersicht. Kapitel 1. Network-Marketing ist nicht perfekt, aber besser. Ähnlich wie ich es eben getan habe, wird hier erst einmal auf die allgemeinen Gegebenheiten und Vorteile eingegangen. Neben denen, die ich genannt habe, kommen zum Beispiel noch zeitliche Freiheit hinzu, wenn man sich seine Arbeitszeiten frei einteilen kann, sowie geografische Freiheit, da man arbeiten kann, wann und wo man will, solange Internet verfügbar ist. Im ersten Kapitel wird man also erst einmal auf die Branche vorbereitet und auch etwas heiß gemacht. Kapitel 2. Wenn du ins Network-Marketing einsteigen willst, entscheide dich für GoPro. Das zweite Kapitel ist ein recht kurzes, welches sich zwischen drei Typen in der Branche unterscheidet, die der Autor kennenlernen durfte. Diese da wären die Amateure, die Angeber und die Profis. Er erklärt die Unterschiede zwischen diesen Persönlichkeiten und warum man sich zu dem letzten Typen entwickeln sollte. Kapitel 3. Wie bei jedem Beruf wirst du ein paar Fertigkeiten lernen müssen. Im dritten Kapitel wird man auf die nachfolgenden Kapitel vorbereitet. Die Kernaussage des Autoren ist das, dass man sieben fundamentale Fertigkeiten braucht, die einen im Network-Marketing erfolgreich machen. Diese alle sollte man meistern und erlernen. Kapitel 4. Fertigkeit 1. Kandidaten finden Der Titel beschreibt es eigentlich kurz und knapp, schon sehr treffend. Es geht hier einfach darum herauszufinden, wie man herausfindet, wer die passenden Leute für das Geschäft sind. Auch hier gibt es häufig falsche Herangehensweisen, die einer direkt am Anfang schon die Motivation nehmen können. Eine wichtige Rolle hier spielt zum Beispiel die Liste, die man sich gleich zu Beginn erstellen soll. Diese soll jeden Kontakt enthalten, der einem einfällt. Als Hilfestellung gibt es dafür einen Fragebogen, mit dem man die Namen ausschreiben kann. Kapitel 5. Fertigkeit 2. Kandidatin einladen, dein Produkt bzw. Angebot zu verstehen. Auch an diesem Punkt scheitern viele Einsteiger, da es häufig an Selbstbewusstsein mangelt und der kleinste Funke von Zweifel ausreicht, um eine Einladung nicht auszusprechen aus Angst vor Ablehnung. Hierfür hat Eric Waugh einige grundlegende Regeln aufgestellt, denen man immer folgen sollte. Eine davon lautet zum Beispiel, dass man sich emotional von dem Ergebnis lösen soll. In diesem Kapitel werden viele mögliche Szenarien besprochen, indirekte und direkte Ansätze und viele kleine Tricks für die Gesprächsführung genannt. Kapitel 6. Fertigkeit 3. Dein Produkt bzw. Angebot vorstellen. Die Kunst der Präsentation und des Storytellings stehen in diesem Kapitel im Fokus. Man erlernt, wie man verkaufen kann, indem man die eigene persönliche Geschichte erzählt. Wie man eine eigene Geschichte aufbaut, wird an einfachen Schritten erklärt. Kapitel 7. Fertigkeit 4. Nachfassen bei deinen Kandidaten. Nachfassen heißt dranbleiben und Versprechen einhalten. Kapitel 8. Fertigkeit 5. Deine Kandidatin dabei helfen, Kunde bzw. Partner zu werden. Im 8. Kapitel erlernt man noch weitere wichtige Fragestellungen, die den Deal letztlich besiegen können. Kapitel 9. Fertigkeit 6. Deine neuen Partner helfen, gut anzufangen. Diese Fertigkeit vergessen häufig leider viele Menschen. Im Empfehlungsmarketing ist die Macht der Duplikation entscheidend. Man muss seinem Partner klar machen, dass er diese für sich nutzen sollte und wie das funktioniert. Man sollte ihm zur Seite stehen und dabei helfen, erfolgreich zu werden. Jeder weiß, dass wenn meine Partner erfolgreich sind, dann werde ich dementsprechend noch erfolgreicher. Kapitel 10. Fertigkeit 7. Veranstaltungen fördern. Veranstaltungen sind der perfekte Ort, um Kunden zu gewinnen. Daher sollte jeder Partner verstehen, wie man diese richtig bewirbt, damit das Haus auch wirklich voll wird. Veranstaltungen zu besuchen wird langfristig Teamkollegen helfen und die Macht der Events ist unschlagbar. Kapitel 11. Alles Wertvolle braucht Zeit. Es handelt sich um kein System, welches einen über Nacht reich machen lässt. Und mit dieser Erwartungshaltung sollte man auch nicht starten. Kapitel 12. Es lohnt sich. Am Ende des Weges steht ein Leben in finanzieller Freiheit und geografischer Freizeit. GoPro. 7 Schritte zum Network Marketing Profi Review. Eine absolute Kaufempfehlung ohne Einschränkungen. Anhand vieler Szenarien und möglichen Gesprächsabläufen wird die Arbeit eines Profis dargestellt. Kein unnötiges Gelaber oder große Geschichten. Der Schreibziel ist schön zu lesen, sodass man alles super schnell versteht. Das Buch ist definitiv eines dieser, welche man mindestens zweimal lesen sollte, um jedes Detail aufzunehmen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-kenner.de